Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte sieht keine Anzeichen dafür, dass die zwischen den USA und Nordkorea geschlossene Vereinbarung zur vollständigen nuklearen Abrüstung der koreanischen Halbinsel die Menschenrechtslage in dem kommunistischen Land verbessern wird. Martin Lessenthin sagte gegenüber IDEA, es ist grundsätzlich zu befürchten, dass der Vertrag Nordkorea stabilisiert und die Verfolgung von Christen unvermindert fortgesetzt wird. Ähnliches habe man nach dem Atomabkommen mit dem Iran festgestellt. Die Menschenrechtslage hat sich dort verschlechtert, so Lessenthin. Die christliche Gemeinde war seit Anbeginn ein Ort, wo Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenkommen. Das sagte der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, kurz AIM, Wolfgang Büsing auf dem Integrationskongress zum Konferenzthema, angekommen, angenommen, Integration wagen in Schwäbisch gemünd. Veranstalter sind neben der AIM die Vereinigung Evangelischer Freikirchen, die Deutsche Evangelische Allianz und das christliche Gästezentrum Schönblick. Sehen Sie ein Kommentar von Wolfgang Büsing zur Bedeutung der christlichen Gemeinde für die Integrationsarbeit. Das, was uns verbindet, ist Jesus Christus. Wir haben ja schon eine Urgemeinde, von der wir reden, die mit 3000 Menschen angefangen hat, aus allen verschiedenen Kulturen in Jerusalem damals. In gewisser Form wiederholt sich das bei uns gerade und wir erleben, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen und Herkunft ihren Glauben hier leben. Der Integrationskongress hier kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten und ich bin wirklich dankbar für all die Menschen, die sich kulturüberschreitend in diesem Land hier engagieren. Das überkonfessionelle christliche Netzwerk Solo & Co. bietet derzeit in acht Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Veranstaltungen mit Impulsen, Musik, Gebet und Gespräch für christliche Alleinstehende an. Astrid Eichler, Vorsitzende des Netzwerks, sieht in Solo & Co. eine Chance, dem Single-Dasein in allen Altersgruppen und Lebenslagen positiv zu begegnen. Bei den Singles spielen, denke ich, die Werte eine wichtige Frage. Und die Werte-Frage ist ja das Wesentliche für unser Leben. Und wir als christliche Singles sind ein bisschen anders unterwegs, wenn es zum Beispiel um das Thema Sexualität geht. Aber unser Kernpunkt in unserem Netzwerk ist dieses, Gott schenkt uns Zugehörigkeit und wir können einander Zugehörigkeit schenken. Und wir suchen Menschen, mit denen wir Leben teilen können, um Gemeinschaft zu leben. Und das ist, denke ich, etwas konstitutiv-Christliches. Solo & Co. wurde 2012 gegründet und bietet neben der Vernetzung auch Workshops und Beratung an. Die Abschlussveranstaltung der Tour findet am 16. Juni in Leipzig statt.